Hallo liebe MusicStore TV Zuschauer, wir sind jetzt hier am HK-Audiostand und Tobias wird uns eine Weltneuheit präsentieren. Und was ist das? Es geht bei uns hier am HK-Audiostand dieses Jahr um den Soundcaddy One. Der Soundcaddy One ist unsere portable Lösung für alle Beschallungssituationen, in denen höchste Sprachverständlichkeit kombiniert mit hoher Flexibilität und vor allem einem wahnsinnig schnellen Aufbau. Verbunden ist. Zeig ich mal. Fastest PA in the world. The Soundcaddy One. Ready. Können wir das nochmal sehen? Ja, sehr gerne. Also. Rein damit. Rein damit. Schauen Sie zu. That's magic. Schon ist das spielbereit. Also das Topteil, wo steckt das Topteil sonst drin? Das Topteil steckt da drin beim Transport. Tatsächlich. Jetzt sehe ich hier auch noch so einen Schaumstoff. Ist auch ein Lautsprecher drin? Da unten sind auch noch Lautsprecher drin und zwar 3 x 6 Zoll Bass-Lautsprecher und hier oben haben wir 6 x 3,5 Zoll Line-A-Rate-Technology für höchste Sprachverständlichkeit tief in den Raum. Also ihr könnt ja Klangzeilen bauen. Das kennen wir von den HK-Elements natürlich. Das sind unseren Kunden auch schon bekannt. Bei uns auf der Internetseite auch zu sehen. Und das jetzt in Verbindung mit einem Subwoofer. So, das ist der Transportgriff. Das ist der Transportgriff, weil der Soundcaddy hat integrierte Räder, integrierte Grifftechnologie. Wir haben die Möglichkeit, den also relativ schnell von A nach B zu bringen. Können ihn transportieren. So leicht ist denn? Naja, 29 Kilo, aber ich mach das schon eine Zeit lang. Okay. Sagen wir mal kurz die Rückseite von dem Caddy. Da ist eigentlich das Herzstück. Wir haben nämlich in den Soundcaddy einen Vierkanal-Mischer eingebaut. Der aber von der ganzen Bedienbarkeit her so schlicht gehalten ist, dass er wirklich für die, sag ich mal, Hausmeister-Tätigkeit oder sonst irgendwas wirklich zu benutzen ist. Dieser Mixer lässt sich mit einem Mikrofon oder Mikrofongitarre, einem Stereo-Signal oder irgendwelchen Zusatzzuspielern wie iPhone oder sonst irgendwas verbinden. Und dann von hier aus quasi in den Soundcaddy oder auch direkt weiter zu einem zweiten, weil er ist auch voll Stereo-fähig. Unfassbar. Das bedeutet, wir können entweder eine kleine Kombo, Keyboarder mit Sänger, Sängerin, Akustikgitarre abnehmen. Super. Oder jeder Musiker kauft sich selbst so eine Kiste und hat sein eigenes PA-System. Könnte auch eine Möglichkeit sein. Vor allem sehen wir das System auch sehr stark in den Bereichen Schulen, Präsentationen, Audio-Videopräsentationen, überall da, wo es darum geht. Ich muss schnell sein, ich muss einfach und es muss vor allem gut aussehen. Kannst dir vorstellen, wenn du sowas in einem Autohaus neben den 7 der BMW stellst, ist das okay. So ein 3-Bahn-Stativ mit Kabelsalat will da keiner sehen. Richtig. Ist das schon verfügbar, das tolle Teil? Das tolle Teil ist verfügbar ab Mitte des Monats. Wir sind quasi ready to go und wir freuen uns auf die Käufer. Der Preispunkt liegt so circa bei 2.000 Euro. Unfassbar. Tobias, vielen herzlichen Dank. Ich bin beeindruckt. Ich glaube, Sie auch. Wenn Sie es mal anhören wollen, wenn Sie es mal anfühlen wollen, wenn Sie es ausprobieren wollen, demnächst bei uns im neuen Music Store. Eröffnung ist am 16. Mai 2011, also ist nicht mehr so lange bis dahin. Kommen Sie vorbei, schauen Sie es sich an, wenn Sie trotzdem noch mehr Informationen brauchen. Alles bei uns auf der Internetseite, auf der Internetseite, der besten Internetseite. Musicstore.de Wow. Wow.